Wir sind heute hier für die Gaming Masters Homecoming. Es geht darum, Talente über den Passion Point Gaming kennenzulernen und auf einer ganz neuen Ebene zu rekrutieren und vor allem auf einer sehr natürlichen Art und Weise kennenzulernen. Ich finde das Thema Gaming persönlich und aus Business-Sicht ziemlich spannend und potenziell auch PwC als Arbeitgeber. Ich bin heute bei den Gaming Masters mit dabei, weil ich mich sehr für E-Sports und Gaming interessiere. Mir ist es ziemlich wichtig, dass mein Arbeitgeber Ahnung von der Gaming-Branche hat. Muss nicht führend sein, aber ich möchte verstanden werden. Also meine Generation, weil Gaming schon Teil meines Lebens ist. Echt spannend, viele Einblicke bekommen. Auch das Case fand ich auch super spannend, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und jetzt einfach ein paar neue Sachen auszuprobieren. Super entspannt, sehr locker und sehr spaßig. So ein Highlight kann ich nicht sagen, weil es mehrere Highlights gab. Also abstehend von der Stimmung. Dann, dass ich sehr gute Gespräche hatte. Auch wie vielleicht die spätere Arbeitsmöglichkeit für mich bei PwC aussehen könnte. Ziemlich cool. Also das PwC Experience Center. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Von VRs bis normalen Spielen. Super Tag. So ein Highlight. So ein Highlight. So ein Highlight. So ein Highlight. So ein Highlight.